Was ist eine graue Star-Operation? Eine graue Star-Operation ist ein kurzer Eingriff, der dauert ungefähr 10 Minuten. Der wird auch in lokaler Betäubung durchgeführt. Es handelt sich hier um die Entfernung der natürlich trüben Linse. Diese Linse wird durch Ultraschallwellen zertrümmert und diese wird auch abgesaugt. Und an der Stelle der natürlichen Linse wird ein modernes Implantat eingesetzt, das Ihnen wieder ein gutes Sehvermögen ermöglicht.